BIT TEMPO! Ey, das muss du filmen von hinten! Ey, ey, ey! Ey, fahr nicht so weit rechts, Mann! Du musst gerade fahren! Ey, 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 ey! Ja, schon! Wer ist denn hier noch so? Warte! Ey, ich hab Angst, Alter, ich hab Angst! Warte, ey! Wie geht's Ihnen so? Wie geht's dir? Ey, ich hab Angst, ich hab immer Angst! Ich hab Angst! Ich kann ihn weiter nach links! Ey, ein bisschen Glas weg nicht, Mann! Ich hab Angst, Mann! Ja, ich hab Angst! Warte, Mann! Ich hab Angst, Mann! Das ist ein bisschen anstrengend. Mach doch mal ein paar Fotos hier. Das ist Tino. Ja, aber ich hab gerade feste Haare und so. Okay, komm guck, ich bin auch herzli. Das ist ein bisschen B, der ist nicht. Das ist Paul, der ist auch herzli. Total, Mann. Ich kann damit leben. Okay, das sieht man. Das sieht voll an, hier auf meinem Zeitdach. Du musst dich aber so wegen können. Äh, Grillsempf halt. Oh, ich kann nicht mehr gerade kicken. Ist das du? Nein. Justil deine Augen gerade. Schick den, Alter. Deinen, deinen Grillsempf, den wir benutzen. Oh, die Kohlade ist der. Schleift der runter hier. Mach da einen Popel an der Nase. Hey! Was willst du denn jetzt? Ja, guten Appetit. Ich hab mir eins genommen. Gibst du mir dann auch eins für mein Zeichen? Ist das die schöne Chili-Sauce? Nee, das ist Grillsempf-Sauce. Keine neidischen Blicke da hinten, ja? Ist okay? Ja, bitte. Ja? 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 Ja, 49 大溪, DU DELE! Grüeih! Hey Marco! Da? Er ist angepas! Hat dein Handy erfunden? Marco, hast du es wieder erfunden? Nee, oder nee? Wo hast du das letzte Mal gehabt? So weit hast du das neue Hab. Richtig, da war ich. Die amerikanisch präparierte Flasche liegt. Die amerikanisch präparierte Flasche liegt. Sorry, wenn sie jetzt eigentlich mit ihr spielen. Ja, wenn sie jetzt mit ihr spielen. Ja, ich mag es. Ja, ich mag es. Ja, ich mag es. Ja, es ist mein Stil. Sorry, ja. Oh Gott. Okay. So viel Kraft. Willst du mal folgen? Ciao! Ciao! Drachenboot ist geil! Schalalalalalo! Drachenboot ist geil! Schalalalalalo! Drachenboot ist geil! Schalalalalalo! Schalalalalalo! Warte, Ilka ruft an. Schalalalalala! Schalalalalala! Das ist mir sofort abgenommen. Das hättest du noch mitgehen können. Schalalalalala! 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 Ey, ich habe keine Ahnung! Was ist das? Was ist das? Na los! Na los! Na los! Schalalala! 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 So eine Nippel! So eine Nippel habe ich! Oh! Und der da unten! So! Bei mir war das so! Ha 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 ha! Hey, man sieht euch ja schon anbahnen gewesen, oder? Ja, sagen wir. Das vermeint, wenn's schlecht, oder? Ja. Hey, Mike, jetzt denkst du, du kannst die Miltie mit deinem Team mal noch reizen, oder? Hey, Miltie! Halt mal auf, halt mal auf! Halt mal auf! Wir wollen nur Spaß machen! Wir wollen nur Spaß machen! Das ist eigentlich ein Ernst, Alter! Wenn ihr zu dreist, dann ist der Schritt auf den Zottel. Spaß! Bleibt da der Spaß für mich! Du, Spaß ist einfach dritt. Ey, hier ist dritt! Boah! Weißt du, was war Feuer? Was bestimmt Feuer war.